Labyrinth. Labyrinth, easy. Und zwar sind wir 4, 1, also 4, 1 und 5, 3. Ja. Ich muss den Hebel runterdrücken. Egal, passt schon. Ja, 5, 4. Ich muss den Hebel drücken. Wir sind in 6, 2 und müssen nach 5, 6. Oh, ja, ist 1 runter. Bitte, bitte langsam. Ich muss nebenher ganz viel Hebel drücken. Ja. Dann 4 nach links. Ja. 1 hoch. Ja. 2 rechts. Ja. 1 hoch. Ja. 2 links. Stopp. Hi, holy fuck. Okay. Ja. Wir können weiterfahren. 1 hoch. Ach so, hast du die 2 links schon? Ja. Genau. Dann 1 hoch. Ich bin in 1 hoch gegangen. Gut, dann 1 links. Ja. 1 hoch. 1, 2, 3, 4 rechts. Ja. 1 hoch. Symbole. Ja. Fragezeichen. Das komische, ausgeschriebene, umgedrehte P. Aha. Jetzt bin ich auf der falschen Seite, weil ich der Hebel drücken muss. Das Smiley und das XI. Absatzzeichen. Absatzzeichen, XI, Fragezeichen, Smiley. Hier, Code. Passwort? Ja. Ach, die Kacke. Ähm, ja. Wenn ich der Hebel endlich nicht mehr drücken muss, dann kann ich sie sagen. Y, E, V, Z, S, H, dann, Moment. Alter, da ist es nah auf mich. Weg, gang mir nicht auf den Sack. Alter, wie langsam ich vorankomme. E, K, Z, J, Q, O, E, K. Ja, wiederholt sich. Ähm, H. Nächste fängt mit M an. T, U, J, K, O, M, T. Do your job. 1,40 hast du noch. K, Z, S, H. H muss es sein. H, O, H, House. H, O, U, S, E. Wie ist he going? Holy shit. Das ist so nervig. Auf einer Seite hast du einen Hebel, auf der anderen Seite hast du nur einen Hebel mit, äh, nur einen Hebel und die komische Event, yes, detonate, yes, no. Und auf der anderen Seite hast du dann deine, da ist Shit. Und das heißt, wenn du dann auch fragst, deinen Shit zu machen und dann, äh, du hast hier, einen Hebel hast du ja im Blick. Aber der andere Hebel, der ist einfach auf der anderen Seite und die Frager, die kommen halt auch und gehen, wie sie wählen. Da macht's, wobei die Frager, die mal halt immer bling, bling, bling. Wenn eine neue kommt. Alter, das ist schlussendorfig. Der Hebel, vor allem der Hebel, der macht keine, keine Anstalter irgendwas, die preiszugebe, dass er kurz vorm Explodieren ist. Challenging, Section 5, Wires, Wires, Wires.